So, so was Leute und herzlich willkommen zurück. Was heißt zurück? Wir spielen das erste Mal, aber wir spielen die Battlefield 1 Beta und der Berne ist wieder mit dabei. Guten Tag. Den nehmen wir überall mit hin. Das ist meine erste Runde. Meine 100. Runde oder so. Keine Ahnung. Ich bin schon Level 16. Huiuiui, was gibt es denn da für schöne Waffen? Ähm. Ich spiele mal Assault. Ich probiere einfach mal alles durch. Ich bin in einem Tank. Du kannst gerne zu mir in den Tank kommen, wenn du willst. Äh, ja, ich muss einmal kurz, äh, ja du kennst mich schon. Ja, ja, das ist das Repet von dir. 3, 2, 1, Scoreboard, Team Setup, Redeploy, what? Options, Return, Options, Redeploy, Team Setup, Scoreboard, Resume. Ähm. Nein, das habe ich schon vorher erledigt. Mit, mit... Nein, es ist 50% immer noch zu laut. Über die Boxen geht's, weil ich heute den ganzen Tag über die Boxen spiele, da was soll ich war, ey. Ich hab's ja schon im Spiel, im Windows auf 20% und im Spiel nochmal auf 20%. Also die hört man auf jeden Fall. Wie hört man? Sehr gut. Du bist noch schon weg. Ja, du kannst aber bei mir spawnen. Erste Rune ja überhaupt. Kurze Einleitung. Ähm. Kurze Einleitung, spawn einfach bei mir. Kurze Einleitung, ich bin schon gespawnt, ich spiele schon. Ich habe mit höchsten Grafikeinstellungen auf Full HD 80 Frames pro Sekunde. Ja, das habe ich auch. Und das finde ich gut. Ich spiele halt auf 4K gedownsampled auf 1080p. Oder geupsampled eigentlich. Na? Ist es down? Ja, es ist eigentlich upsampling. Ist falsch. Haben wir wieder irgendwie das Bild zu dunkel eingeschüttet oder ist das echt zu dunkel? Nein, es ist zu dunkel. Es ist... Es verändert sich das Wetter auf dieser Map oft. Jetzt ist es gerade so ein bisschen bewölkt und es scheint zu suchen. Dann gibt es noch einen leichten Sonnensturm und einen schweren Sonnensturm. Okay. Ich habe gerade Capture-Punkte. Heute kriegt man mehr Capture-Punkte auf jeden Fall schon. Für zwischendurch auf jeden Fall. Ob es jetzt insgesamt mehr sind weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Vor allem wenn man sie alleine einnimmt. Ich spiele jetzt einfach mit jeder Klasse ein bisschen. Viel Spaß mit der Medici-Klasse. Warum? Ja, weil die Schaß ist. Zumindest die erste Woche. Die Bischöre gestorben. Ich glaube ich muss sofort in die Stadt rein, weil da draußen ist irgendwie ein bisschen... Auf einer Fall. Ich muss jetzt wieder alleine kommen. Mir kommt es übrigens so vor, als ob da irgendwie der Sound ein bisschen buggen wird. Aber es ist eine Beta und deshalb bin ich darüber nicht böse. Oder pült mich einfach rein. Ich finde, das buggt bei dem Spiel eigentlich gar nichts. Also... Kann man da überhaupt nicht beklagen. Was soundmäßig oder sowas. Ich weiß ja nicht. Vielleicht habe ich den Sound jetzt einfach zu leise eingestellt. Spawn einfach nicht bei mir, wenn du tot bist. Ich bin eh glaube ich wieder tot. Ich muss einmal in die Stadt kommen und nachher geht es schon los bei mir. Ich habe schon einen Gegner getötet und einen... Fast. Also so halb. Der ist mir dann gesteilt worden. Gleich mit der Sekte. Ey, kompilierst vorne. Pass auf, auf deiner linken Seite ist ein Bonser, glaube ich. Irgendwo. Kommt feld unten. Oh. Äh, da waren zwei Gegner. Ich habe nämlich 111 Schaden gemacht. Das müssen zwei gewesen sein. Ja, das ist übrigens auch neu. Du kriegst gleich deine Punkte, nicht erst dann, wenn es wirklich... Wenn da wirklich einen Garner den gilt. Das finde ich super. Also du kriegst für jeden Punkt, den du abziehst, kriegst du auch einen Punkt in dein Skorboard. Oder für jede Lebensenergie-Prozent-Dinges. Du kriegst auch einen Punkt im Skorboard. Okay, ja. Das gefällt mir sehr gut. Ich spiele jetzt übrigens noch eine Runde mit dem hier. Oh, da war ein Gänger. Ja, da war ein Sniper. Da war ein Sniper. Wenn du lange auf Messern drückst, während du laufen kannst, dann wirst du sehen, dass du so einen kurzen Sprint hast, wo du Anlauf nehmen kannst, und jemand messern kannst. Also wenn da irgendjemand vor dir stellt, gerät, oder findet auf Anlauf, und du willst nicht messern, dann machst du einfach das. Äh, maaaah. Jetzt warte da oben extra so lang. und warte bis der kommt, und genau da muss ich weglaufen, da. Aber ich hab 17% gehabt, also bin ich nicht mit dir mitgekommen, weil... Ja, ja. Ich hätte wahrscheinlich sofort draufgekommen, aber... Mal schauen, was das für Lobby ist, wie gut die Leute sind. Weil, ich weiß nicht, oft amal kriegst du da Lobby, wo sind die Leute richtig schlecht. B... Ist dabei... Oft amal kriegst du da Lobby, da bist du der da was richtig... Da kriegen die Gegner richtig schlecht. Ja, ja. Da krieg ich richtig schlecht, ja. What the fuck. Gasmaske ist übrigens auf T. Wo hast du eine Gasmaske brauchst. Weil du hast schon relativ viel... mit der Übungsgas. Was? What the fuck. Artillerie, oder was? Boah, wir starten gut, Alter. 2-3. Ja, glaub ich. Ah, du hast 2-2. 2-4, juhu. Wird tot. Oh, der wirft die Granaten viel schneller als in... Ja. Sie fliegt auch weiter, irgendwie. Wahrscheinlich weil sie St. Hebel dabei hat, keine Ahnung. Das ist die Hebelwirkung. Ja, so isses. Nö, ich bin jetzt da nicht so der Experte. Aber... Ich denk einmal. Nicht vom herrsgeschiedlichen Museum. Ähm. Ah ok, der hat gar keinen Hebel. Ich bin gerade sehr vorsichtig. Ich nehme hinten 90, das taug mir. Da ist irgendwo ein Gänger. Irgendwo oder wo du geh. Was toll. Oh, oh, oh. Oh, er hat schon gesnackt. Ah, bitte, snape mich. Eigener. Was, Eigener? Ja, Eigener hat mich probiert zu snipen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er zu spät gesehen, dass ich... Oh, 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 oh. ...der eigener Typ bin. Oh, scheiße. Oh, da war noch einer. Schade. Ein bisschen was trifft ich wohl. Aber... MAH! Jetzt holt mir der Hund mit seiner... Mit seiner Sniper, Alter. Von seinem Pferd. Oder mit der Schrot, eigentlich. Übrigens, wenn du auf dem Pferd, im Flugzeug oder im Tank spawnst, hast du nicht deine Ausrüstung, sondern es ist eine spezifische Ausrüstung eben von so einem Reiter, von einem Tankfahrer oder von einem Piloten, ja. Okay. Also als Info. Das heißt, wenn du jetzt aus Medik spawnen willst, du spawnst am Pferd, dann hast du Schrotfläten. Okay. Okay. Weil du so da schon einige, so WTF Momente bei mir ausgelöst. Ich hab das Gefühl, dass wir gleich sterben werden. Wenn du das nicht mitkriegst, dann stehst du wie ich vor dem Gegner, druckst auf Feuern, weil Automatikfeuer eigentlich ist, und er schieß genau einen Schuss. Du denkst dir so, scheiße. Du hast been promoted. Ja, bis Level 1. Spray and pray. Oh, wak, 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 ich bin tot. Oder auch nicht. Gott, ich bin mir da so schlecht. Ich hab keine Ahnung, von welcher Seite ich beschossen werde. Das kann ich da auch nicht so. Oh. Der ist vor mir gestanden. Gut, ähm. Ich wechsel da einfach mal die Klasse. Wie lange dauert es eine Runde? Bis sie aus ist. Nein, 20 Minuten meistens. Okay, sehr gut. Dann hab ich ja genug Zeit. Weil meistens beenden nicht die Punkte die Runde ist, sondern die Zeit. Ich bin schon draufgekommen. Okay. Also es ist wirklich so eine Runde, wo du wirklich so richtig Spawn-Rapes eigentlich. Aber das war bis jetzt erst einmal bei mir. Aber es war so ein Sprint irgendwie unterbrechen. Kann man den Sprint irgendwie unterbrechen? Äh, ja, in dem Namen verstehen bleibst du. Ich finde aber so alle automatische Waffen ist schon recht cool. Boah, ich komm mit dir gar nicht zu retten im Spiel. Das ist so feinmäßig. Weil irgendwie, ich weiß nicht, das ist so ungenau zu tun. Enemy plane, watch it! Enemy plane, watch it! Ich bin versehentlich bei ARK Spawn. Kannst du übrigens aus der Flugzeug, wenn du genug Zeit hast, mit der normalen Waffen auber schießen, gell? Oh mein Gott, ich spawne auf der Gegnerseite. Und ich bin zu dumm, das zu merken. Auf einmal steht der Panzer vor mir. Boah! Zu dumm. Ähm. Wo spawnen wir? D. Spawne bei B, ja. Nein, im Auto, das muss auf mich fahren. Spawne. Du bist der Squad Leader. Natürlich, das ist cool. Ja. Also den habe ich jetzt phänomenal abgeholt von seinem Pferd, gell? Weil er nicht einmal aufs Pferd geschossen, sondern einfach irgendwo hin und hab ihn irgendwie getroffen. Ich schieb das einmal auf die Beta. Aber einer steht da hinterm Stahn drin und snipet, ich weiß nicht, ob du bei mir bist. Bei uns links. Was? Bei C, bei Punkt C. Was, was, was? Warum überlebt er so viel? Wie bitte, bitte, wat? Wie bitte, wat? Was kann ich noch... Wie bitte, wat? Was kann ich noch... Skip revive, ja danke, dass du mir das jetzt einmal sagst. Keep it up. Nix cancel da. Bin der überste Pro in dem Game, ich merke gerade. Alte Degosch, den Hundhormat, ich habe auch gehabt mit der Schaufel. War der überlauert lang nach, epistolarisch. Hast du da alle Munitionen rausgeschossen und dann lauert er ewig nach, ich weiß. Aber wirklich drei Tage, glaube ich. Weil das ist auch so scheiße bei der Waffe, dass du da oben die Dings die Kugel einzeln reinstecken musst. Wo ist es von wo? Na, der ist nicht nur immer hinter dem Stein. Alter, das ist ein Camper. Der Bogen war jetzt. Da auf mich. Man, da ist er... Den hat man nicht gesehen, ohne Witz. Den hinter dem Stein? Na, da war einer im Haus drin und der Hund... Den hat man nicht gesehen. In genau dem Moment, wo er mich getötet hat, habe ich einen minimalen Umriss gesehen von ihm. Hä? Das wird vielleicht auch eine Steuerung einstellen, weil... Ich hab den genau gleich wie bei Battlefield 4 irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das sage, ich brauche da was. Die Schnalle. Weil aus meine Komitee nicht mehr gewusst. Aber bis jetzt ist mir noch kein Unterschied aufgefallen. Ich hab ihn bestimmt nicht auf Y im Battlefield 4. Nein, ich hab's auf C und Steuerung. Also C ist knieren und Steuerung ist hinlegen. Naja, genau. Bei mir. Naja. Bei mir ist aber jetzt... Steuerung, bitte. Ducken. Ja, das ist scheiße. Die gute alte MB2-Sterung. So zieht sich einfach gut durch mein Leben. Uiuiuiui. Der war schön. Zwei Headshots. Instant down gewesen, ne Gegner. Ich bleib jetzt ein bissl. Boah, der Hund schießt schnell. Der bist du narrisch. Was denn? Der Leute, die Kugel ja original. Ja, natürlich. Ich muss auf jeden Fall in vier Tagen spielen. Und Level 15 werden. Wenn ich kalt mir, nicht so gut. Level 15 sind wir heute. Also ich bin's schon, aber du bist da heute noch Level 15. So viel Zeit habe ich halt nicht. Oh oh. Okay, ich bin momentan noch eher der Fan von dieser... Vollautomatischen. Von einer Steuerung, so laut Glas oder was? Ja. Ja. Ja, den Medic mag ich gar nicht, ich weiß. Der hat's mir nicht angeht in dem Spiel. Lauft einfach eine Gegner bei mir vorbei. Nein. Und ich bin zu dumm. Der Versorger ist auch gut. Mein Gott nein. Oh, war das jetzt richtig schlecht. Der Zersorger. Der Zersorger ist auch gut, ja. Ähm, ich will canceln. Okay, ich will bei dir spawnen. Okay, geht nicht mehr. Warum auch immer. Und Granaten sind in dem Spiel sehr stark. Ja, das werden sie bestimmt noch patchen. Na, ich find's aber, dass sie sein scheiße zu schmeißen, aber sie sind stark. Ja. Warum triffe ich seinen Kopf nicht? Hä? 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 Okay, mit der Waffe habe ich noch gar keinen getroffen, obwohl ich immer genau drauf zähle. Ja. 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 Medik. Klasse, gell? Mit dieser LMG. Das kommt mir eher so wie Close Quarters vor einer Stadt. Vor allem so Gegner dir die Knie hier. Ja, der größte Punkt F und E. Äh, F und G die zwei Punkte, die sind leider von uns eingenommen, weil du das eigentlich die Geisteschlacht. Nein, Gott. Da in der kleine Schluck drin. Was denn? Ich stirb nur noch. Und immer nur von der gleichen Waffen. Alter. Aber es ist wieder, es belebt irgendwie kleiner wieder in dem Spiel. Ja, noch. Du brauchst gar nicht, da brauchst gar nicht drauf hoffen. Ich bin bis jetzt, glaube ich, einmal reanimiert. Ich bin immer noch Level 1. Warum kann der da nicht drüber springen? Warum kann ich bei dir nicht spawnen? Mein Gott, das gibt's nicht. Das macht mich schon wieder aggressiv. Jetzt komm gleich. Mach die Aufnahme, sagst du jetzt. Äh, darf ich jetzt bitte bei dir spawnen? Quadspawn on you. So. So. Hey, das, den Flieger kann man halt so nicht rauberschießen. Das ist der Bomber. Das hat mir gefallen bei, bei Hardline. Das war der einzige gute Aspekt dann im Spiel. So ist mit der Nix mehr. Wer hat sich da anders gedacht. Ja. Schau, ich triff ihn nicht einmal. Jetzt schon. Aber jetzt hast du ihn getroffen. Wer dämmt uns das Auto? Ich bin noch nie Fahrzeug gefahren bis jetzt. Vollstark, Alter. Ich werde auch da längst ein. Und dann verlierst du den Bodenkontakt, gell? Und dann kommst du wieder auf eine Formel Drast an 90 Grad. Ich. Das ist so richtig geil zum Fahren. Okay, also da vorne ist einer. Genau den habe ich gemacht. Ja, töte ihn bitte vor mir. Wir haben einen Medik, dann rät es mich. Warum brenn ich? Hä? Hä? Da war niemand. Ich bin einfach nur gestorben. Ich habe gebrannt und bin gestorben. Und bin weggerannt. Keine Ahnung warum das so lange gedauert hat. Ich wollte gerade zu einem Gegner rennen. Ich brauche das dringend am Medik. Ups. Na ja, gut sind wir nicht, gell? 13,17. So, wollen wir schon mal ein bisschen. Der Gasmasken ist mal geniebt. Mit der Gasmasken aufgesetzt kannst du nicht zoomen beim Monster. Hey, ernsthaft. Warum überlebt der so viel? Jetzt brennt ich schon wieder. Jetzt stehe ich wahrscheinlich gleich wieder. Der muss doch leer jetzt, gell? Ich kriege gegen unsere. Ah nein, Gegner wollen wohl A4, glaube ich. Ich habe jetzt ungefähr 5 Leute angeschossen und von ihnen getötet. Alter, auf der Range trifft du nichts. 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 Jetzt stehe ich ernst. Man stirbt instant, Alter. Du hast keine Chance irgendwie 2 Leute gleichzeitig zum töten. Ich habe schon so oft die Chance jetzt gehabt. Scheiße. Gibt es eigentlich andere Waffen noch? Ja, du stirbst relativ schnell in dem Spiel. Aber die anderen irgendwie auch. Ja klar, aber... Du hast keine Chance. Du hast keine Zeit, wo das geht. Ja. Ich glaube, das ist das Beta noch. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das kommt noch. Ich glaube, das ist das. Ich bin einfach blind oder zu loomen. Ich bin einfach nicht so blind. Oh mein Gott. Wirft ja Anti-Dank-Granaten an mich. Das heißt, ich würde dir einfach mal an den anderen Typ noch Anti-Dank-Granaten haben. Ich würde dir einfach mal an den anderen Typ noch Anti-Dank-Granaten haben. Der ist aber saustark. Wo bist du? Pfff, im Himmel. Hau zu, bei mir ist ein gründer Punkt von dir da. Der Punkt ist immer, der mittig, der grüne, gell? Das ist ein Bug, der ist immer. Okay. Jo. Einfach mal vom Pferd runtergesnackt, bitte, gell? Vom Pferd. Und wenn ich jetzt auf ein Pferd steige, habe ich aber natürlich noch meine richtigen Waffen, oder? Ja, das schon, ja. Also, ich weiß das gar nicht. Warte, ich probier's aus. Nein, du kriegst die Pferdausrüstung. Und wenn du runter springst, hast du dann aber wieder deine Ausrüstung. Okay. Okay, dann mag ich jetzt hin und sterbe. Ich hab's gerade ausprobiert, nur weil du gefragt hast. Nein, ich hab's zu sagen. Es ist gerade ein Pferd neben mir gestanden. Mache Gott, das bietet sich an. Typ. Er hat 75% verloren. Bring zu da oben. Ja. Hä? Oh. Die Runde ist aus. Die Runde ist aus. Ich bin immer noch Level 1. Auch die Runde ist aus. Wir brauchen zwar 100er Boost. Worte, frage, wie der nächste Score? Nein, oder? Doch. Nein.